Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge hier auf dem Kanal GameHarday 2019. Heute spielen wir Wokt League und weiter geht's nach dem Intro. Ich hab übrigens ein neues Intro. Let's go. So. Hier sind wir bei Wokt League. Wie findet ihr übrigens mein neues Intro? Schreibt es gerne in die Kommentare. Einmal Item Shop. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Jedenfalls sieht der Wagen nicht so super gut aus. Das Spiel bringt es auch auf Controller, wie es sich bei Wokt League eigentlich gehört. Deswegen ist mein Maus noch so langsam. Ich kann doch so mit der Maus spielen. Ich würde sagen, einfach mal spielen. Zwanglos. 3 Uhr ist 3. Und... So. Und wieder in der Runde. Mein Team könnte vielleicht ein Toschi sehen. Das wäre ganz nett. Aber nicht hier. Nein, ich bin so schlecht auf PC und auf Controller und überall. Oh, hab ich mein Team ja gerade geholfen? Nein, was? Nein, 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 nein. Das ist Tomatensau. Ich weiß, ich bin das schlechteste Player auf der ganzen Welt, das sind mal gut geschätzt. Das kriegst du. Oh, danke. Ich habe ihr ein bisschen geholfen. Ein bisschen überspringen. Oh, das fehlt halt noch einen, aber dann wird es halt schon gut umziehen. Na gut, doch nicht. So. Mann, ey. Das nervt immer, wenn die... äh, weil vorhin... Okay, ich habe zwar nichts gemacht, ich wollte mich da einfach nicht bewegen, weil... nachher wäre dann durch mich ein Toreingang und... ne, lieber nicht. Und... mit meiner Hilfe nochmal... der gleiche. Da hat er nebenbei gepasst und der hat dann Sto gemacht. Okay, ich habe dem Gegner anbei gepasst. Ja, das macht Spaß. Ich bin so ultra schlecht. Ich will aber gut werden, meine Freunde. Ich will gut werden. Ich will gut werden. Jetzt kriegen wir. Wird das ein Turm am Dammt hat. Easy. Was das auch für eine Vorlage war. Und easy. Ja, ich habe keinen einzig Struck geschossen bis jetzt. Ich glaube, wir haben gewonnen. Immer so eine grobe Vermutung. Ich bin mir aber da nicht so ganz sicher. Ich bin so ultra schlecht. Ich treffe den Ball nicht. Danke. Da ist Tomatensaft. Das ist Tomatensaft. Dann auch nicht treffen. Ich will doch einmal was schaffen. Ich schätze, ihr habt schon höhere gesehen. Aber das ist jetzt mein größter Ball, den ich hier gesehen habe. Bringt den nicht ins Tor. Nicht ins Tor damit. Nein, nein. Ich verschwende mal nicht rein. Komm mal, wir müssen die Scheiße ab. Oh, no, 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 no. Das ist mal nach hinten gepasst, jetzt macht das Tor. Nein. Die dürfen kein einziges Tor kriegen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich hoffe, dass ich ihm helfe. Ich lecke, ich hasse diese Steuerung. Ich hasse es, dass ich so schlecht bin. Aber ich habe die Vorlage gemacht. Ist doch auch gut. Weil ich will es verschaffen. Aber da wollen wir auch nicht mehr weiter drüber reden, ne, Freunde? Ja, ich will es jetzt noch sechs Tore machen, dann könnten sie gewinnen. Ich habe zwar nichts gemacht, aber trotzdem muss ich. Ja, ich möchte jetzt öffnen. Ja, ich will nicht das Spiel hier weiterspielen. Oh, oh. Oh, sehr seltener Drop hätte ich sie nur gerne. Ich gucke weg, Freunde, und guck. Ich will keinen Sound. Oh, no. Ich gucke weg. Drei, zwei, eins, und... Ich will was? Das ist Tomatensaft. Ja, die habe ich doch schon. Ach, eine Lackierung. Ah, jetzt sehe ich es. Nicht so meins. Ach, das ist... Oh, nein, er darf kein Tor machen. Wollt ihr annehmen. So. Gehen, wie langweilig. Ja. Ich fahre direkt wieder ins Tor. Einfach nur boom. So. Denn... Nach der Runde mache ich ja aus. Das war es dann nach der Runde auch mit der Folge. Oder was gut ist für Martin getan. Wahrscheinlich nicht, weil... Das ist Tomatensaft. Ich bin einfach krank. Das ist mein Einsatz. Was hat der Typ da gerade mit dem Ball gemacht? Na, ich wette, da geht jetzt nicht zu, weil ich nicht da bin. Nein, geh nicht ins Tor. Ja, ich schweb erst mal in der Luft. Hier sieh. Orang schweb. Mann. Das war's dann aber auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein und ciao.